Wenn sich euer Kind in der Schule, Hochschule oder im Kindergarten oder auf direktem Wege zwischen Zuhause und Schule verletzt, ist das ein Fall für die gesetzliche Unfallversicherung. Damit die zahlt, muss die Schule sofort eine Unfallanzeige schreiben und abschicken. Ihr müsst mit eurem Kind zum Haus- oder Durchgangsarzt und da unbedingt erwähnen, dass es ein Schul- oder Schulwegeunfall war. Denn die gesetzliche Unfallversicherung zahlt ziemlich großzügig für Behandlungen und bezuschusst auch Pflege- und behindertengerechte Umbauten. Es ist also in eurem Interesse, dass ein Schulunfall auch als Schulunfall anerkannt wird. Für eine Absicherung in der Freizeit braucht ihr aber eine private Unfallversicherung.